Ja. Na, na, na. Ja, ja, ja nein. Hallo, 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 hallo. Hallo, 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 hallo. Hallo, hallo. I need you warm, motherfucker. Was? Ach nee. Hast du mich schon verstanden? Ja, hast du. Ich hab Schlacht da. Uuuuuh. Uuuuuh. Uuuuh. Uuuuh. Ah, ich seh wieder normal. So. Ich bin normal, wie es umgegeht. Ich sag's, irgendwas. Gefressene Gesichter sind jetzt nicht so... wie 08. Das ist voll alt. Gefressene Gesichter. War's noch nie in Frankfurt, ne? Ha ha ha. Haha, ha ha ha. Ha ha ha. Ha 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 ha. Eieah. Tööööö. ich bin weg ich bin weg, Leute komm schon, ich muss nicht zwei davon müssen noch Alter, da sind die zwei schieß sie ne, keine Munition, Alter ich verblute gerade jetzt noch ein herausforderung abgeschlossen geil, danke ja, gern geschehen was war das gerade für eine Vorstellung, guys ja, es ist, ja, es ist geil es ist totally, totally wednesday, my dude wir müssen starben milk wenn wir wen die einfach gelegt findet, Leute Alter, hab ich nicht ähm Schlachthaus oder Cyprus ja erstmal leben finden, Alter hier wie bist du da reingekommen Alter, hört auf euren Namen zu tanzen und draußen kommt hier rein gut die Heilung, ey boah, sieht das behindert aus wieder rumlosch, ey ja hier 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 Alter große rote Tür, ey ja, ey hast du dir hier mal das scheiß Stroh angesehen hier weil warum liegt hier Strohspiel zu mit meiner Freundin, Alter hab ich heute schon getan, ja, ja was was so, Leute ja Cyprus Schlachthaus Schlachthaus Würde Zeitlos nehmen, weil zwischen Devon Ranch und Schlachthaus haben wir schlechte Erfahrungen heute gemacht eine zweite loot chest finde ich geil mal da ach so die ersten vier, ne ich bin das voll ne, bin ich nicht wer hat mir das dann rausgeklaut ach so auf jetzt kommt einer und er schießt und alle da ist das hier haha so ja ähm Cyprus ja ach du falle run die lassen wir mal so wie sie ist aufstehen war völlig unsklusiert vögel da sanje dann schrufe packt was ja kalt schießt ich schieße da nicht h i v e da hinten auf dem moser bisschen weiß ich versuch mal da ohne hinzukommen ja 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 Das Vieh ist hier ノ ja der ja ernsthaft dr kuniert mal den Hinweis, und dann tu écrit mal den Hinweis? ja ja Ich geh schon mal rein und klopp den. Ja gut, das hat sich jetzt mit dem Wasser erledigt. Ach scheiße, das hab ich schon mal ein Ding, sorry. Warum auch? Halt und du sitzt viel. Aber ich komm, komm. Natürlich weiß der auch, aber ich hasse mich diese blöde F***viel. Du Dreckiger Bastard, das Todes, ich vernichte Dich. Du Dreckiger Bastard, das Todes, ich vernichte Dich. Äh, Äh! Äh! Das ist ja so. Der war mitzündet, ja. Der war mitzündet, ja. Der war mitzündet, ja. Der war mitzündet, ja. Der war mitzündet. Der war mitzündet, ja. Der war mitzündet, ja. Der war mitzündet, ja. Der war mitzündet. 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 Ja, mir fehlt ein Balken, weil ich tot war, aber sonst war das super. Boah, Digga, mir geht die Pumpe, ne? Alter. Wie man einfach gesehen hat, dass du den schneller weggerotzt hättest, wenn du den langen Lauf gehabt hättest. Ja. Definitiv. Da war diese zwei Kilometer ja tatsächlich einfach mal wichtig, ey. Ich hab den Revolver mit dieser Klinge, der mich öfters mit war. Ach du warst einfach. Der hab ich auf jeden Fall gerade gerettet, ja. Ich hab den mit, äh, mit der Klinge gekillt und danach hab ich den anderen erschossen. ich komme raus ich habe das scheiß fast getroffen dabei nichts ich habe mich so zerstört aber wir haben gewonnen ja nicht hängen geblieben die waren gerade nicht zu gierig und nicht alles den selben eingangs sollen wahrscheinlich ich habe die zweimal getroffen kommen nach ob wir haben auch nicht damit das ja ja mit dem messer also ich habe zwei mit schrotze weg eine war ja dann habe ich glaube ich den einig 19 aber zu recht ja mir fehlt genau ein skill gut für die doktor dann hätte ich notarzt widerstandskraft und doktor dankeschön ich habe zwei gekillt weiß ich habe der mit der klinge dann haben wir auf jeden Fall aufbogen aber kann man das noch mal sehen wollen wir mal rangelisten nee dann wenn die jemanden aufgehoben hätten hätten wir jetzt stimmt ja habe ich letztes mal habt ihr wahrscheinlich beide gleichzeitig drauf geschossen oder kurz nacheinander das kann sein aber ich meine auch dass also ich war in der ansicht von axel es ist ja eigentlich egal wer wen getötet hat hauptsache wir sind als gewinnerteam rausgegangen jeden fall ich streite dich in keinsterweise ab